Wenn Sie nach einem preiswerten Hobbyplotter suchen, der besser als der Rest abschneidet, dann ist Design & Cut genau das worauf Sie warten. Jetzt kann eigentlich jeder präzise Designs aus Papier, Folien, Karton, Filz, Leder und vielem mehr schneiden. Die Hobbyplotter von Brother haben die führende Schneidequalität und Genauigkeit. Unsere wachsende Auswahl an optionalem Zubehör hilft bei Tiefschnitt, Zeichnen, Linienprägungen und beim Herstellen von Straßschablonen. Design & Cut ist extrem vielseitig und sehr einfach zu bedienen. Die Inbetriebnahme der Maschine und das Schneiden erster Designs ist so einfach wie das Zählen von 1, 2, 3. Sie wählen Ihr bevorzugtes Gerät wie Laptop, Tablet oder Mobiltelefon und verbinden sich einfach per WLAN. Die Übertragung per WLAN erlaubt es Ihnen einfach Designs von Scan & Cut Canvas zum Design & Cut zu schicken. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, einen PC mit einem USB-Kabel direkt anzuschließen. Es ist so einfach ein Projekt zu starten. Nutzen Sie Ihren PC oder Ihr mobiles Gerät, um mit Scan & Cut Canvas auf hunderte fertige Grafiken, Schriften, Logos und Projekte mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Videos zuzugreifen. Es gibt keine Abogebühren und es ist keine jährliche Mitgliedschaft notwendig. Mit einem einfachen und übersichtlichen Bedienerinterface ist das Erstellen von Designs und Bearbeiten von Projekten einfach wie nie. Scan & Cut Canvas liest auch SVG-Dateien zusätzlich zu den eigenen Datenformaten. Viele der Schneidedateien, die Sie schon besitzen oder die im Internet angeboten werden, können damit genutzt werden. Die Nutzung Ihrer liebsten Grafik oder Idee als Schneidedatei war nie einfacher. Mit unserer neuen Schneidematte und der Capture-Matte-Funktion nutzen Sie Ihr Mobilgerät, um ein Foto des Designs zu machen und starten damit Ihr Projekt. Sobald Sie bereit zum Schneiden, Zeichnen, Prägen oder Perforieren sind, macht es das bedienerfreundliche Design & Cut System so einfach wie das Zählen von 1, 2, 3, um Ihre Projekte zu erstellen. Design & Cut ist die ultimative Maschine für kreative Selbermacher mit Ihrer neuesten Technik, der Vielzahl an Funktionen und dem günstigen Preis. Design & Cut ist das perfekte Werkzeug für kreative Selbermacher und viele andere Bastelinteressierte. So, warum noch warten? Mit Design & Cut können Sie einen Wow-Effekt in Minuten erschaffen. Design & Cut kitchen Design & Cut yoghouduc per mole Dark Yel shout-out App gender 360 cha